Doni hat mich auf der gleichen Seite mit seiner Hand gegriffen. Ich greife nun mit der anderen Hand in meine Handfläche. Wichtig, nicht mit den Fingern ineinander, sondern die Hand und Hände leicht versetzt. Nun drehe ich die Hand etwas ein, sodass ich deine Hand hier mit öffne, dort wo zwischen Daumen und Zeigefinger offen ist. Ich drehe es, drehe meinen Körper und löse den Griff. Noch einmal, Griff, Hand in Hand, leichte Drehung, über die Körperdrehung den Griff lösen. Wichtig, nicht mit den Griff. Wichtig, nicht mit den Griff.